Ressourcenschonend und nachhaltig, so lässt sich der innovative Recyclingprozess der Impostec GmbH auf den Punkt bringen. Die Firma bietet Lösungen für die Entsorgungswirtschaft an und für Unternehmen, bei denen schon während der Produktion Abfälle anfallen. Um komplexe Materialverbunde wieder zu trennen, setzt das Innovationsunternehmen auf Schockwellentechnologie. Wir kommen da ins Spiel, wo konventionelle Anlagentechnik oder konventionelle Zerkleinerungstechnik die geforderte Qualität oder den geforderten Aufschlussgrad des Materials nicht realisieren kann, um ein effizientes oder wirtschaftliches Recycling zu realisieren. Elektronische Bauteile wie Akkus werden bei diesem Vorgang behutsam freigelegt, Materialien und Rohstoffe nahezu sortenrein voneinander getrennt. Egal ob Batterie-, Recycling- oder Halbleiterprodukte, Elektroschrott aller Art lässt sich mit der Schockwellentechnologie trennen. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Im PULSTEC ist es gelungen, den Laborprozess in eine industriell einsetzbare, kontinuierliche Schockwellenanlage zu überführen und für die verschiedensten Anwendungsbereiche anzubieten. Zusammen mit einem sehr führenden Hersteller von sanitärtechnischen Produkten haben wir eine Lösung zum Recycling von Galvanic-Produkten entwickelt. Dabei nutzen wir unsere Schockwellentechnologie zur Entschichtung von galvanisierten Kunststoffen und stellen so Kunststoffqualitäten sicher mit Reinheiten deutlich über 99 Prozent. Und dadurch können die Kunststoffe direkt in die Produktion zurückgeführt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017